ich begrüße euch zu einer neuen aufnahme uncharted 1 6x ja wir sind immer noch da wo wir vorher waren weil ich diesmal einfach jetzt eine zweite aufnahme gestartet habe um vorzuproduzieren und jetzt schwingen wir uns mal darunter du ganz ganz dachte ich bin nicht da ihr seht mich alles so nächster schritt Das hat ja super funktioniert Daniel. Ich finde ihn nicht. Wer hat ihr wen? Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ich will nicht sagen, dass mich die Ecke gerade hart nervt, aber sie nervt mich. Ich muss ihn erstmal wieder erholen. Ich glaube, wie er die Krise kriegt, weil ich nicht nah genug dran gehe. Okay. So. 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 ein darf ich bitte einfach von hier oben ballern oder so so nächster Jey, endlos Wellen. Wie sie Liebe. Next. Wir sehen, dass ihr zu zweit wart. Alter, ist das dein Ernst oder was? Mist. Das wird dir wehtun. Na los. Ja. Ah. Haben wir es jetzt. Ich nehme mir auch schon Wolkenbruch. So, geht doch. Mein Gott ey. Ach, zu früh gefreut. Und wo? Ach klar, wo waren die denn vorher? Lächerlich. Ohne Scheiß. Ach, das ist so armselige Scheiße. Das war jetzt meine eigene Schuld, aber... Ne? Du wisst, was ich meine. Da ist er! Ach so, wir haben nur noch 5 Schuss. Ach, was Leute, das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So, was macht der jetzt? Hier ist er auch... nur diesmal sieht die Sache ein bisschen fairer aus ja gleich ja supi, keine Munition mehr das sehe ich noch nicht ich sagte doch, das sehe ich noch nicht na bitte nein, diesmal suche ich nicht nach einem Schatz diesmal suche ich tatsächlich nach Munition ich suche nicht, ich wusste, ich habe es gesehen und dachte mir, nimm mit was du kriegst ja die braucht ja keiner, also ich will sie auf keinen Fall halt Pisten heißt meistens, dass da was ist wow, 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 wow wo ist der Sack wo ist der Sack wenn ich das richtig gezählt habe, noch zwei ne ja 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 es waren noch zwei aber gezählt ja ja wir haben ja 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 das ist ja Ja, auf einmal springt er wieder Kilometer weit hoch. Sooo lustig in diesem Spiel Wollte grad sagen wir Nu Wollte ich glaub ich zu viel Leise gekillt Da ist er Geh doch richtig dahinter Ne ist denn du bist Das ist ein Sniper oder was? Das ist ein Ende Halt ihn auf Wir drücken Du gehörst mir Feuer Dir nicht Du bist so dumm Ach 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 So Waren das jetzt alle? Ich würde jetzt erstmal sagen Ja Na Na Wie die Willen brav immer nachladen Halt's Obmann Ja Ja das tut weh Aber dir Nicht mir Witzige ist Löst ihr ruhig alle die Fallen aus Ne 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 Ich bin gewillt das auszuprobieren Oh Das kann ja helfen Ah das kann ja helfen Dann Ich hätt ihn fast gar Ich hätt ihn fast gar Himm Bämns aha ich habe schon jetzt gehen wir erstmal ordnungsgemäß zurück holen unsere knifte noch schöner ganz ohne zu gehen die ecke hier ist schon wieder so groß das schreit schon wieder nach hier ist was ok die war noch nicht ausgelöst auch war sei doch nicht so spießig spiel auch oh man los geht's nicht net gar nicht net schreit los geht's nein ich habe euch so ich kann hier auch wieder quatschen auch und auch nicht ich kann hier so ich gar nichts mehr zu ballern oder was ja okay dann halt so 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 okay bin er da oder was dann muss ich purchased wieder okay lösen wir einfach alle aus und das war knapp war sehr knapp wo ja wenn ich richtig gezählt habe waren das sind alle das darf doch nicht wahr sein wir kommen in kapitel 5 so dann gucken wir mal was da oben ok das sind wieder die dinge die sich lösen das ist nicht nett nein 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 ok das geht nicht ich dachte man könnte da noch weiter egal so bin ich jetzt da drin na gut wenn das so ist gehen wir jetzt noch mal ins boni menü schauen mal was wir wieder freigeschaltet haben aha ok das habe ich doch an was war denn da jetzt los alter die waldfee egal dann beende ich die folge jetzt ausnahmsweise hier normalerweise gehen sie ja immer so 10 minuten länger aber habe ja gesagt so zwischen 30 und 45 minuten ist mein ziel ab und an mal länger ja wenn euch die folge gefallen hat zwinker zwinker alle schätze zwinker zwinker dann lasst dem video gerne einen daumen nach oben da lasst ein abo da danke handy jetzt nicht ähm und wir sehen uns in der nächsten folge wieder machts gut und ciao